hallo dann ja wir wollten uns das auch nicht nehmen lassen die amazon geburtstag zu gratulieren und eigentlich hatten wir was völlig anderes geplant aber das gerücht ist jetzt schon so weit rumgegangen dass wir eigentlich keine wahl mehr haben wir nicht alle abonnenten verlieren wollen also dachten wir uns wir machen das jetzt tatsächlich und für leute gehörgeräte haben jetzt bitte ganz hochdrehen und für alle anderen den ton aus und dann doch den ton anlassen machen wir alles doch einfach so ja gaston musik zwei drei vier heute kann es regeln stürmen oder schreien denn du strahlst ja selber wie der sonnenschein heute ist dein geburtstag und darauf feiern wir alle deine freunde freuen sich mit dir alle deine freunde freuen sich mit dir wie schön dass du geboren bist wir hätten dich sonst sehr vermisst wie schön dass wir beisammen sind wir gratulieren dir geburtstagskind das war jetzt unsere youtube singpremiere und ich hoffe du weißt was wir damit gerade wirklich getan haben wir haben uns entblößt von dir entblättert sozusagen wir haben uns nackig gemacht wir haben dir alles gezeigt was wir haben ähm und noch viel mehr ja ich hatte eigentlich auch noch ne kerze für dich aber die hab ich jetzt vergessen naja ähm du wirst es überleben und ähm wollen wir jetzt noch die extended edition für ihn nach natürlich natürlich ja natürlich kkk ähm du einmal ich einmal oder mit Musik oder ohne Musik ohne music ohne musik das tun wir euch nicht nochmal an haha haha jing jing ok ähm was sind wir du nimmst ne der das wir aber in extended edition haben haaa fängst du an? ja ja dann doch bitte haha Wir können nicht so lange machen, die Zeit läuft uns davon. Wir haben noch keine Zeit. Randa! Okay, ich sing jetzt noch ein Lied. Du musst dann anfangen, wir singen ein Lied. Und dieses Lied ist nur für dich. Hoch soll der Leben an dein Denkel kleben. Ich dachte, du warst mit... Naja, du willst keine Ahnung, ich mach mit. Ja, wie immer. Da kommt halt immer einer zu früh, so ist das. Aber Daniel, das wären nicht wir, wenn wir nicht so sehr an den Denkel kleben. So, jetzt nochmal. Muss ja hier klappen. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal. Hoch, hoch, hoch. Das war jetzt total unsynchron. Egal. Unsynchron? Aus-synchron. 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 In- und out-synchron. Synchron. 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 Ja, alles Gute und darf hoffentlich noch ungefähr 20 Jahre mindestens. Weil dann bin ich bestimmt zu alt für YouTube und verstehe das Ganze nicht mehr. Und dann wird mich auch keiner mehr sehen, weil ich Falten habe. Oder eine Brille. Oder eine Brille. Hahaha. Macht's gut, Daniel. Feier schön. Und ja, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.